Hi und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es rund um das hier. Hier drin befinden sich nämlich nicht nur viele Dinge, die mich schön machen, sondern auch perfekte Trigger sind. Und das werden wir jetzt herausfinden in diesem Video. Also bleibt dran, um kein Trigger zu fü-p-p-p-p-passern. Nicht, dass ihr einen Trigger verpasst. So, dann öffnen wir es mal. Und hol uns den ersten Trigger raus. Wer braucht nicht eine Creme? Ich bin so gespannt auf die ganzen Trigger. Ihr müsst nämlich wieder am Ende euren Lieblings-Trigger aus diesem Beutel kommentieren. Ich bin mal gespannt, was euch am besten gefällt. Gehen wir mal ein bisschen Creme. Hier ist ein bisschen Zunia. Du bist so skozi. So, ich hoffe, ich hoffe, es ist alles weg. Wollt ihr auch ein bisschen creme? Ich mach's nochmal wieder zu. So, ich habe eine kleine Schnee. Ich habe eine kleine Schnee. Ich habe eine kleine Schnee. Okay. Oh, das hört sich aber gut an. Was haben wir noch in unserem Beutel? Oh, hier vorne ist noch ein Kamm. Ja, das hört sich einfach an, Kamm, Lbest. Oh, das hört sich gar nicht. Das hört sich einfach an, Kamm, Lest. So, was befindet sich noch an uns? In unserem kleinen Kulturbeutel. Oh, ein Deo da ganz unten. Oh, hier ist ein Deo drin. Was kann man damit denn machen? Lass es uns mal öffnen. Das riecht aber gut. Riech mal. So, übrigens wenn ihr dieses Video seht, ist es auf meinem Hautkanal, hier auf YouTube wahrscheinlich schon mein erstes Video seit langem online. Also, nach diesem Video hier gerne gerne anschauen. Ihr werdet es lieben. Dankeschön. So, nächster Draco. Hier haben wir eine Zahnbürste. Die ist by the way alt. Die benutze ich nicht mehr. Alright. Wirklich. Okay. Sollte Jetzt schraube ich mir für euch die Zähne. Passend dazu habe ich hier sogar eine Zahnpasta in meinem Beutel. So, schraube ich mal. Das könnte ich doch mal eine Stunde lang machen, dann habe ich weiße Zähne. So, nächster Trigger ist ein Labello. So, So, öffnen wir nun mal. Willst du auch ein bisschen? So, den packe ich jetzt wieder ein. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Triggern. Beginnen wir mit dem Pinsel. So. Und Anni schminkt mich gar nicht, aber ich habe den halt mit rein getan. So, so, so 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 Sprühflasche Ihr wisst, ich liebe die Sprühflasche. So, jetzt sprühen wir mal. so 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 so